denn ich wollte keiner schlagen, wir wollen ihn schlagen. JA MOIN! Das ist Arne! Den nehmen wir mit! Der Fraser! Jetzt bringt Arne ihn auch noch um? Nö! Ja, kriegt noch einen! Bierbüchse gibt eine Zugabe, das ist schön! Nochmal Zugabe? Ist nie! Beule! Beule! Wo sind denn die Bälle hier nochmal? Sind die hier drinnen? Sind die im Haupteimer hier? Nein! Sind wir ein bisschen albern heute alle? Ja, alle sind albern hier! Du hast ja nur noch einen Pokepfahl! Das sind aber Hyperbälle! Oh, du brauchst doch Hyperbälle! Oh, Spretze, ey! Na, warte! Die schmeiß ich gleich mal irgendwo hin, wo ich lange nicht mehr gesaugt hab! Wie heißt denn so eine Müllbeutelfirma? Bileda? Ne, Bileda ist ein Wische-Eimer, ne? Aber Bileda ist voll der gute Name! Bileda ist der Name für dein Vieh! Geil! Auf, ich kann mir jetzt vorlesen! Es gibt nichts, dass er den Magen nicht verdauen könnte! Während des Verdauungsvorgangs werden ich für penetrante Karten fließt! Ich kenne da jetzt einen besseren Namen für! Ist aber ein Weiblichen! Ist ein Weiblichen! Mit Bronien! Könntest du nicht schwein! Kannst du auch nicht lesen! Mit Baronien lesen! Ja geil! Super! Mit Bronien! Das ist überhaupt nicht super! Das ist scheiße! Mach du halt, Arnel! Na, wieso macht er nicht da? Ne, mach Baroni! Baroni? Ihr seid so scheiße! Ihr sind solche Assis, ey! Wer dich freilassen! Dabei esse ich nicht so viel wie Arne! Nur einer! Seine Schwester! Das ist so gemein! Ich bin immer noch ärgervoll! Ich bin immer noch nett, ey! Aber ich fang, guck mal ab! Ja, das war ziemlich geil! Ich muss jetzt mal sagen! Hut ab fürs Frühstück! Dass man hier sehr am lieb bekommt! Ich wollte eigentlich mit Baroness schreiben! Guck mir nicht so böse, du Sau! Bist ne Kleine! Leute, Konzentration aufs Bier! Was ist denn hier? Rau! Ich habe ultimative Attacke dieser... Was? Was? Ein bisschen schöner, ne? Wie kann das so klinken? Aber sie... Herr Radha will sie in Zukunft von lieber nach Ingrid! Hm? Das Voltaen so! Nein! Mir liegt noch ein Pfannkuchen! Ja, du bist auch! Das ist deiner! So ein Lappen! Hier ist ja gar nichts! Nee, das ist auch Capcante! Kannst dir irgendwie niemand zurückfliegen jetzt hier, oder was? Nee, geht irgendwie nicht! Angebir! Angebir! Hier! Hier, Capcante! Erstmal vibrieren lassen das Ding! Und dann geht's los! Erstmal aufschreiben! Wo ist das denn? Wie stelle ich das an? Nein, die Fresse, ey! Ihr seid auch lustig, ne? Nein, ihr macht hier keinen Schabernack! Wir haben dir auch keinen Schabernack gemacht! Nein, das ist nicht! Wie soll ich denn gemacht? Bombenangriff! 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 Das war geil! Das war geil, Alter! Mit dem Bombenangriff und noch viel besser war dieses kleine Teil da! Dieses Megakissen! Das war so ein bisschen schwer! Das war so ein bisschen schwer! Das war mein Yogakissen! Joghurt! Was machst du damit denn? Hebst das hoch, oder? Eigentlich zum Meditieren! Wieso? Was machst du? Setz dich da drauf und bist dann... Wie kommst du da jetzt zurück? Weiß ich nicht! Ja, ich glaube, jetzt muss ich irgendeine Stärke bekommen! Ja, aber nicht von meinem Team! Das mach ich nicht! So mal, Arne! Das ist so eine Trommelwirbel für Arne! Sag mal, aber was ist hier eigentlich los? Chaos! Anachie! Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal! Deine Karte! Und selbst da kann ich nicht gucken! Ich dachte, das geht immer da rüber! Ja, das ging beim letzten Mal auch! Also, er will ganz gut! Ich bring... was? Kannst du nicht da mit den Typen da arbeiten? Ey, du Arsch! Nicht den, den anderen! Der dich nur immer hoch und runter dreht! Ja, 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 ja! See you! Ja, das warme Klima ist echt großartig, ne? Begeistert! Begeistert! Wie ist das? Ausgehoben? Begeistert! Ah, warte mal! Du kannst 1 in 3! Mach! Seh ich Sprintempo! Wieso geht's da weiter? Ey, das ist unglaublich! Was, er wieder... Der ist so ein bisschen nervtiger, ne? Das ist Irma! Rette Irma! Hey Lady, hast du mal einen Poketoller? Heya! Wer bist du? Ich rufe die Polizei! Ja genau, du bist der Böse! Wir sind jetzt ein kleiner Elfjähriger. Polizei! Die anderen da sind alles ihre Macke. Wir sind der Motorrad-Bluft! Der ist Huka-Chaka! 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 Mein Motorrad hat einen kleinen Motor. Daher muss ich die Geräusche selbst machen. Was ist denn der Hatten hier? Trier-Eyland-Fall? Ellen-Faller. Hey Du, wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache? Warum ich suche nur Gold? Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Canto. Das ist echt eine Baustelle für Vollidioten hier. Haken. Können Sie was fangen? Das ist neu. Bin ich dein Freund geil? Jetzt bist du müde, oder? Fangen wir das! Do it! Do it now! Do it! So kommt jetzt auf nichts. Oh Lord! Was? Das ist ja irgendwie... Da ist er! Was auf hier! Nein! Lass ihn doch nehmen! Simpfummel ist er! Simpfummel! Ja, der macht genau das gleiche! Nein, das ist mein Herr! Bierwüchse gibt eine Zugabe! Doch, kannst du doch! Ja, dann stirbt der aber! Wenn das kein Volltreffer ist, nicht! Das ist aber ein Volltreffer! Ich kenn's ja nicht sehen! Das ist mir schon oft genug passiert! Dann reißen sie nämlich richtig rein! Mach noch einmal los! Es geht! Na? Ja! Ja! Super! Super anheckt! Perfekt! Läuft! Genial, die Nummer! Mal nochmal, das geht! Geht! Vertraue mich! Ich bin von Bundeswehr! Boom! Weg! Boom! Schlaub! Schwein geplatzt! Was ist hier eigentlich los? Trier Island! Verwandtschaft und Familienbande! Alles rockerst! Was? Hippie! Von diesem Tag an gehörte ich hinter uns! Was ist da los? Kein Fall und Remi Demi! Nix los! Guck mal, da liegen Steine oben! Deine Eltern sind auf einem Dänsten hier! Seine Nedelsteine werden hier ausgestellt! Dann wollen die Rockers ja nicht haben! Gibt genau einen! Der wird da ausgestellt! So'n Klumpen! Geil! Wo ist denn da stehen? Ein Stein! Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto! Hä? Ich bin gerade hier angekommen! Was soll deine Feinds? Ich hab fleischig gelesen! Was soll deine fleischige Einstellung? Das ist so abweisend von dir! Deine Anhänger haben alle mit ihren Motorrädern hier alles verwüstet! Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf der Insel bereitet haben? Nein, ich kapiere es nicht! Sieh dir das an, was machst du, um dich zu amüsieren? Ich will gar nicht mehr was sagen! Du solltest uns dankbar sein, wenn wenig Schwung in dir das fährt! Schlafen und Ess gebracht sein! Verkackte Netz! Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas! Hey du Feigling! Im Rubel bist du so stark! Was? Oh Gott! Oh Leute! Ich glitze so! Das ist aber kein Höflich! Das ist aber kein Höflich! Höflich! Ich muss jetzt erstmal hier rein! Da gibt's bestimmt jetzt gleich mal echt Matzenbatsche hier! Matzenbatsche? Mützenbatsche! Mützenbatsche! Los! Schmeiß dich von der Bierkitzel! Schmeiß dich von der Bierkitzel! Die Leute warten! Los! Ja echt mal hier! Hier, spiel du mal! Nein! Spielzeitstreckung! Wie das zustande kam, ist es großartig... Ah, wir können jetzt die Gameboy spielen! Jaaaa! Ähm, machen wir aber nicht! Hä? Du hast doch Stärke hoch! Ja ich will erst mal die Rogas wegmachen hier! Dann hab ich die Rogas wegmachen! Rogas! 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 Es ist nicht möglich zwischen den Inseln in dieser Gegend zu surf! Ähm! Die Strömung ist zu stark und zu gefährlich! Lass uns Bären malen! Das wäre Bärenverschwendung! Im Bärenfors, da kannst du stets Bären am Boden finden! Bärenchallenge! Ich liebe sie über die Bären rumgehen! Rrrrrr! Ja, Usa-Regen. War das Beste bei Scully, als er da einfach mal mit dem Kopf an so einen Baum geknallt ist und dann können wir so einen Bär runter. Passiert halt. Ein Senfbär. Mal wegen die Püren, genau. Frisst er wegen die Püren. Das hat er ja selbst hier schon geklärt. So, sollen wir den mal aus... hier, ne? Ja, sag ihm mal was. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Ah ja. Lust. Nein. Ne, ne, wenn jetzt einer stirbt. Ah ne, gut. Biker-Schläger? Was ist das für ein Name? Biker-Schläger. Der schlägt Bikes. Wussten seine Eltern schon, was das für einer wird. Oh, guck mal, ein Harden ist er. Wieso? Ja, komm, braten wir mal. Willst du nicht? Das trifft man ja nie. Macht er immer. Krätze, ey. Was machst du da eigentlich? Ich finde das wie so. Das ist ein komischer, ne? Ja, das ist auch so ein Schwanz. Das ist keine Bierkiste, auf der du sitzt, aber das ist ein Schwanz. Ja. So ein Azzurl-Ball. Ja. Wie? Ahne, nein! Nein, Ahne, nein! Du sollst nicht mal in Augustus einen Bierkoronant dauern. Das ist jetzt Cäsar. Ich dachte auch, es wäre Cäsar, aber es ist schon gut. Es ist Augustus, das habe ich doch als erstes richtig gesagt. Ja, ist doch richtig. Ihr meintet es letztens noch? Ja, gut, aber Cäsar... Ja, Augustus war es. Der hat auch eine andere Nase. Flottwist auch. Und eine andere Frisur. Ist Cäsar. Ja. Nein! Ahne, echt. Was soll das Vieh jetzt hier? Ist das der Julio? Der hat auch kein Urbeck. Katzenmauer fertig. Nein! Wenn da was stirbt, ey, ich geh sterben dann. Julio Iglesias. Was ist das? Hier! Nein! Mit Fancy! Wenn du Fancy sterben willst, ey. Ich hätte die nackt nicht. Das wäre so witzig, ne? Wenn sich dein Abonnenten voll freuen, ey! Dann werden alle sauer auf dich! Warum hat ein Mailing eigentlich keine Eisattacke? Die hätten noch mehr, ey! Fancy! Fancy! Oh nein! Fancy ist auch so ein bisschen... Was? Oh, mein Gott, ey! OH WORLD! Na, frisst jetzt erstmal, komm! decide es du? Fancyic! Schön mit einer flachen Hand in einen Senftöffchen! Jetzt gebe ich das Bier mal in die Kokosnuss. Ich gebe das Bier in die Kokosnuss! Dann dreht man sie aus! Dann kickt das Bier! Na 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 na! Ahn jeann! Was ist denn wirklich was für ein Kampf hier? Scheiß Willi. Das von Troy war auch schon so eklig. Domholz returned! Da hat er uns gefletscht mit seinem Willi. 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 Immer gehen's ohne die Antwort zu nehmen. Das guckt doch eigentlich keiner hin, ey. Man kann ein Zäpfchen im Hals sehen. Kann ich wahr? Nein. Kann man. Kann man gar nicht. Ist ist ist. Fancy ist nicht mehr verwirr. Wahnsinn. Los, Fancy! Aber warum ist das jetzt nur noch so wenig? Zu wenig! Regeneriert immer ein Achtel seiner Erfahrungsruhe. Seine Lebensruhe, meine ich. Ach, nein. Achtel oder ein Zehntel, ich weiß es gar nicht. Tausendstel hoffentlich. Wahrscheinlich ist selbst das jetzt sogar schon stärker. Ja. Is. Is! Deswegen, das ist eine sichere Bank. Was knüppelst du da rum? Nicht knüppeln, das wird nur schlimmer. Ist der Kindergärtner hier, oder was? Ja, der Weikerschläger, das ist der Kindergärtner. Geil. Guck mal nach, ob du eine TM mit Eis hast. Ah, wagen es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein. Nein, die reihen alle gleich. Oh, lol. Ob wir jetzt erstmal dauern. Oder nur eins. Lunastein gegen Bierbüchse. Das ist nicht so die beste Wahl. Blablabla. Er bemen. Was macht der? Der hat voll die Nase. Der hat voll die Nase. Ich verstehe nicht, warum das bei der Nase ist voll der schwarze Strich. Weil das der Mund ist. Was? Ich dachte, das Vieh hat keinen Mund. Ich glaube, das ist ja Mund und die Nase. So leidzeitig. Why not? Wie bei so einem Kokainsüchtigen. Den haben wir. Hast du auch so rum zu schwammeln, hat er gesagt? Yeah. Was ist los mit dir? Wo regst du dich so aus? Ey, was ist los zum Bau, ey? Du bist sowas von uncool. Du hast einen Bausparvertrag. Ey, sag mal. Sind halt wirklich noch so viele hier? Ja. Ich glaube, das kommt noch eher an den Bosnum. Wie heißt der? Walke? Walke Schläger. Die heißen alle gleich. Deutsche Schläger liebt. Was ist denn mit denen los? Juhu. 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 Aui. Jetzt macht das eine sichere Bank hier. Ja klar. Das war sowieso tot jetzt. Da ist er weg. Da ist er weg. Weg. Anne, da darf gar kein Asche mehr sein. Da muss Anne weg. Komplett Juhu. Juhu Staub. Weg. Nichts mehr da. So, jetzt kommt noch der Chef. Boah, so muss er was gegen dieses Kinder noch nehmen. Den Namen. Wer war das noch mal Katze, ne? Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Da musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Oh, er spricht mit Wöl. Warum so erboost? Ist ja West Side Story. Oh, er ist aber auch... Das Glatzkopf, Paul. Er ist jetzt so müde, der hat sein Ego gerade abrasiert. Paul, wer ist eigentlich Paul? Draschel. Draschel. Oh Gott. Das tat Paul. Ja, mein Level 39 kann ja noch nicht so viel. Ich bin der Biss. Ja, ne? Ich weiß ihn. Ich zieh. Vielleicht schreckt er ja zurück. Oh, ist gut. Warum kann der das? Was? Das ist... Cindy ist es. Er ist Cindy. Er ist Cindy. Volltreff. Oh! Das ist schon ein heftiges Vieh, ne? Er ist. War gewesen. Was ist los? So, was kommt jetzt? Traunfugil. Das heißt Traunfugil? Ja. Ich dachte immer, das heißt Tranfugil. Nein. Das kannst du nicht lesen, oder was? Wusstest du auch, ne? Ja, ja. Ich kenn mich aus damit. Hä, ist das dumm oder so? Ich glaube, sonst wäre es kein One-Head gewesen. Das war sehr... Ich hab mich geheilt. Das ist super. In Ordnung genug. Wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Jupp gewinnt da. Ich rede nicht weiter jetzt. Fertig. Humpf! Ich geh nur und denk mit diesem Typen ab. Weg. Alle weg. So geil. Gehen wir gleich zu Irma. Ne, wir können ja erstmal heilen und dann ausmachen, weil das ist schon 3 Uhr. Oh! Oh! Hast du dich gesehen, oder was? Ne, guckst du nicht hin, ne? Guck ihn nicht hin, ne. Dann hast du eine Brille auf, ne? Musst du auch noch dein Mikro abbauen und all den Blödsinn. So ist... Dann war's das wohl, ey? Ja! Schlusswort. Du hast jetzt eine schöne Moderation. Es war so bunasche und romandisch. Guck Arno bitte dabei an. Es war so bunasche und romandisch. Schön. Tschüss.